Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts und wir sind auf dem Weg zu 100 Prozent, haben noch nicht so viel, ich glaube wir liegen jetzt so bei 79 Prozent, ja 79, also es fehlt noch einiges. Heute werden wir uns dann mal um auf der Karte besonderen Gegnern widmen. Wenn man so ran sucht, dann kann man hier immer sehen, was es hier für Bösewichte noch gibt. Hier gibt es zum Beispiel einen berüchtigten Gegner. Welcher das ist, weiß man jetzt nicht, aber das lasst uns doch mal rausfinden, wen wir alles so finden können hier. Es gibt so einige, die man so entdecken kann. Hier ist auch wieder einer, guck mal hier. Und die versuchen wir jetzt alle mal beiseite zu schaffen. Das sollte ja möglich sein, hoffe ich zumindest. Lass uns mal gucken, ob wir irgendwas finden hier. Also hier gibt es irgendwelche besonderen Gegner. Gucken wir mal direkt hier oben. Da ist einer, hier. Richtig Gegner. Nach dem Wegpunkt hin, fliegen natürlich direkt hin und dann greifen wir an. Also wir werden nur besondere Gegner heute killen, denn uns fehlen noch einige, um das zu komplementieren. Und ja, sollte ja möglich sein. So, raus hier. Hab auch mal einen schönen Besen. Okay, wenn hier, so, hier könnten es ja irgendwie sumpfige Viecher sein vielleicht. Oh, okay, 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 okay. Ihr wollt auf die Hand, nur? Fick ja. Und jetzt? Und jetzt müssen wir einige umgebracht haben jetzt, ne? Hm, guck mal. Dumpfkradlerzunge, lecker. Okay. So, war das der Gegner denn hier auf der Karte? Gucken wir mal auf. Ja, also das Zeichen ist weg. Das bedeutet, der Gegner müsste auch weg sein, behaupte ich mal. So, das war er. Dann können wir direkt mal raufgucken, ob wir wirklich die ganzen umgebracht haben beim Kampf. Äh, besiege, besiegt berüchtige Gegner. Ja, sieben von zwölf, weil sonst fehlen noch fünf Stück. Die finden wir auch. Auf die Karte gehen. Gucken wir mal auf den nächsten finden hier. Ich muss ganz nah ran zoomen, weil sonst sieht man das nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber ich sehe ja auch keinen Totenkopf gerade. Hm, Totenkopf, Totenkopf. Ne, ich sehe keinen Totenkopf. Die Astronomie-Türme können wir auch nachher nochmal machen. Aber jetzt erstmal will ich die diesen Bosse killen hier. Beziehungsweise, ja, Bosse. Berüchtigte Gegner sozusagen, ne. Da. Berüchtige Gegner. Wegpunkt. Und wir eiern da mal hin. Welcher das ist, kann ich nie sehen. Ist ja dann auch egal. Ähm, hauptsache wir killen sie. Ah, hervorragend. Hervorragend. Oh, nein. Bombard. Dafür wär's. Ah. Der Gegner da drin. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Akira. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich mache mir immer so, kann man immer relativ viele killen auf einmal, das ist ziemlich cool. So, das war aber auch der Gegner jetzt hier, der Boss, wie man sieht haben wir den auch weggenatzt und wir suchen uns gleich den nächsten aus. Wo seid ihr, kleine Bossis? Kann ich unten noch irgendwas, gefährlich ist? Tatsächlich echt, ganz ehrlich, da würde ich schneller welche finden hier. Da gibt es gar nicht so viele. Tatsächlich keiner, ne? Tatsächlich keiner. Da! Da habe ich den Gegner. Flugpunkt. Also acht, jetzt müssen wir noch vier killen. Ich weiß, wo die noch sonst wo versteckt sind. Müssen wir mal gucken. Wui! Da im Wald drin, ne? Naja, auch im Wald ist es schön, ne? Mal gucken. Hier kann ich nicht landen? Hier aber. Und einen Kruzio kriegst du auch noch von mir, oder? Geht nicht? Achso, weil er unter dem Pirmflug kriegt. Was? Wann ich gerade nicht gegen die machen, ne? Ganz sich blöd. Halt um von mir. Schade. Oh! Was? Ein Sumpfkattler? Ich kann nicht heute gebrochen. So, Sumpfkattler haben wir aber auch schon wieder einige besiegt hier. Das ist doch gut. Einen berüchtigten Gegner haben wir auch besiegt. Das ist doch gut. So, dann schauen wir mal die Sachen rein hier. Wie es geht. Dann lassen wir mal gucken, ob wir noch einen Gegner finden hier. Einen berüchtigten... Da waren nur noch einige draußen hier, glaube ich. Muss ja noch mindestens drei geben, ne? Klopfen wir mal ganz ab. Dann ist hier bloß nicht so viel. Da ist noch einer. Bäm. Das Flugziel da. Das ist ganz cool mit der Karte. Auch brauchen wir nicht mehr so viel suchen. Was natürlich ein bisschen was vom Spiel wegnimmt, aber... Wenn man sich aus der Todesuchung wird, irgendwann frustriert. Dann hätte ich keinen Bock mehr, das zu spielen. Oh, können wir hier rüberfliegen? Ich hoffe doch sehr. Ja. Da können wir nicht rüberfliegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Noch geht's. Okay. Ja, funktioniert doch mal ganz gut. Da unten ist der Schutzzauber. Oder beziehungsweise der Zauber, der das ein bisschen verdeckt. Hm. Können wir hier irgendwo sein? Aber wo? Oder da oben? Ne. Gibt es hier irgendwo einen Höhleneingang oder sowas? Wir sind richtig? Aber es muss hier irgendwo reingehen, glaube ich. Guck mal, ob hier irgendwo eine Höhle ist. Hä? Guck mal. Okay. Okay, wo ist der denn hier hin? Ist hier irgendwie so ein Geheingang? Warten wir, kann ich mal kurz die Höhle vielleicht hier? Ich glaube, das hier ist das nicht, oder? Oder vielleicht doch. Gucken, wo wir landen. Naja, landen wir nicht immer so weit weg. Ein paar Sachen mal. Okay, das war's nicht. Überlegen, wo wir denn... Hm. Oh. Oh, das ist hell. Ja, noch kurz das Ding hier. Das ist die Frage, wenn das das Einzige ist, wäre es ein bisschen zu easy hier. Ich werde echt runtergefallen. Obwohl, das reicht, um oben zu berühren. Das ist die Frage, wenn wir die Gegner hier sind, ist das falsch angeklickt? Da bin ich hin. Da sind die Gegner, einmal ein berüchtiger Gegner und noch ein berüchtiger Gegner. Lass uns doch erst mal den nehmen hier. Oder den. Ja. Aber wo? Aber wo? Es muss denn hier irgendetwas Unterirdisches geben, sonst wüsste ich nicht, was das sein könnte. Da sieht man den Totenkopf und es geht diesen Weg hier hoch. Aber da kann ich ja nicht durch. Da, ist ein Höhleingang. Ah. Der Grimm. Der Grimm. Das ist ein Höhle. Der Grimm. Der Grimm. Der Grimm. Das ist ein Höhle. Bombard Abonniert Abonniert Empirium Kultio Contego 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 Distanz Obwohl Ich geh jetzt hoppen Incentivo Ok, da gehts irgendwo hoch. Lass mal gucken wo wir hinkommen Da war auch eine Schatzkisse. Wo drin ist? Nicht identifizierter Barer Gegenstand. Sehr gut. Achio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Huch. Jetzt mal hoch da. Da kommen wir schon von irgendeiner kommenden Stelle raus hier. Wahrscheinlich bringt mir das gar nichts, hier rauszukommen. Pass auf. Na super, bin ich genau hier geleitet. Nur gut. Lass uns den nächsten Gegner lösen. Hier haben wir alle. Oh, warte mal, wie viele haben wir denn? Wie viele fehlen uns denn jetzt noch? Wie viele fehlen uns denn noch? Ich mach jetzt. Gucken. Einer. Okay, einer fehlt uns noch. Die müssen wir noch finden. Einen müssen wir noch finden. Ich muss jetzt genau gucken. Ich bin leider echt schlecht. Da ist er doch. Er steckt ganz hinten hier. Ja, langsam wird's. Muss man da reinrennen. Ah, ich hätte da rüberfliegen können wahrscheinlich, oder? Achso, hier sind wir. Ja, okay. Gut, gut. Oder auch nicht. Ich bin leider nicht. das war sie wohl ich finde und tschüss brauche ich nicht mehr okay okay man kann Duellleistung natürlich noch machen das machen wir jetzt aber nicht hier so jetzt haben wir die ganzen müssen wir doch eigentlich auch was bestätigt bekommen oder und zwar das hier so jetzt haben wir eigentlich hier alles Duellleistung und hier was ist das? das Sumpfkradler 7 von 20 gucken wir mal ob wir noch ein paar mehr finden von diesen Sumpfkradler wir haben ja hier oben einmal ganz kurz vielleicht können wir die ja nochmal wieder finden wo waren die denn? wo waren die denn nochmal? waren die nicht hier irgendwie? wo waren die hier irgendwo? gucken wir mal da am Punkt hin machen so super fliegen wir nochmal hin vielleicht sind die ja wieder aufgetaucht dann können wir die nochmal platt machen ich meine die waren da irgendwo in der Gegend ne? wo war das hier los? warte mal waren die Ballons immer noch mit wo waren nochmal meine Fallen? in Lower oder in Upper Rocks? und zurück noch kurz zurückgefliegen da fehlen ein paar Ballons nämlich noch also da fehlen auf jeden Fall noch einige vielleicht sollte ich mich mal bei Feldcroft nachholen da fehlt aber noch irgendwie einer einer habe ich vergessen einer habe ich doch vergessen hier wo kann der denn sein? wo waren noch mal meine Fallen? in Lower Hogsfield oder in Upper Hogsfield? ob ich hier einen übersehen? hä? muss ja immer noch ein Ballon sein aber ich habe ihn nicht gesehen das ist auch noch wegen diesem scheiß Nebel gerade eben da sehe ich ihn war nässer wir holen uns mal schnell den Flugpunkt holen wir auch gleich noch hier aber erstmal das Ding einige Landeplattformen haben wir schon gefunden nämlich vier so jetzt fliegen wir mal zu unserem Punkt dahin gucken ob die Sumpfkradler noch da sind nochmal drei vier killen von denen das wird leider nicht das wird leider nicht war das nicht hier irgendwo? aber doch da oben irgendwo muss ich die Karte gucken nochmal also kurz mal ranzoomen ich glaube es war hier ne? hier so da müssen wir hin das ist ja hier gewesen oder nicht? nee wo war denn das? das war doch hier irgendwo die ersten die wir besiegt haben heute die waren doch hier irgendwo oder nicht? da bin ich verkehrt die Sumpfkradler irgendwie die haben sich ja rumgetrieben also ich bin für Glück dass ich jetzt nicht mehr finde schade hier hätte man das auch abschließen können mit drei Stück weil das dann drei oder vier Stück killt oder war das da unten irgendwo? kann auch hier gewesen sein sieht auch sehr sumpfig aus hier sieht es aus ob es hier war aber wahrscheinlich weil ich die gekillt habe werden die nur mal auftauchen hier nur gut kann das sein? eine Prüfung Merlins? hier ist doch Sumpf da sind welche hier das war dumm ihn ranzuziehen ich muss mehr durch die Sumpfeiern hier vielleicht sind nur noch ein, zwei mehr hier sind aber Troll noch ein Troll die Trolle sind mir so ein bisschen egal na gut aber ich glaube was soll es denn auch gewesen sein für heute warte mal etwas kürzer dann haben wir auf jeden Fall die Quest geschafft die ich machen wollte vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin tschüss und bis dahin das sind das sind für sho das das ist das ist also das ist und